Du hast garantiert schon mal was von NoFap gehört und wenn ja, dann hast du auch garantiert schon von den vielen großartigen, vermeintlich großartigen Vorteilen von NoFap gehört. Mehr sexuelle Ausstrahlung, mehr Anziehung auf Frauen, mehr Erfolg bei Frauen, eine tiefere Stimme, mehr Selbstbewusstsein, mehr Umsetzungsenergie, mehr Motivation im Alltag. Das sind alles Dinge, die ganz, ganz häufig als ein positiver Effekt von NoFap und auch NoPorn genannt werden. Und falls du dich dafür interessierst, NoFap mal auszuprobieren und du möchtest wirklich wissen, hey, was sind denn jetzt eigentlich schwarz auf weiß wissenschaftlich belegte Vorteile von NoFap, also dem Verzicht auf Masturbation und dem Verzicht auf Pornografie, Dann bist du in diesem Video genau richtig, denn ich möchte mit dir heute die drei wichtigsten Studien und pretty much auch die drei einzigen Studien zum Thema NoFap besprechen und worauf die am Ende des Tages gekommen sind. Starten wir mit einem ganz, ganz, ganz zentralen Punkt, wenn es um das Thema NoFap geht, und zwar das männliche Sexualhormon Testosteron. Viel Testosteron in unserer männlichen Blutbahn hat tatsächlich sehr, sehr viele Vorteile für uns. Es sorgt zum Beispiel dafür, dass wir selbstbewusster sind, dass wir bessere Laune haben, dass wir tatsächlich mehr Energie haben, etc. Und eine Sache, die NoFap häufig nachgesagt wird, ist, dass NoFap dafür sorgt, dass wir mehr Testosteron in uns tragen. Aber stimmt das eigentlich wirklich? Dazu gibt es zwei Studien, die das Ganze untersucht haben. Die erste Studie ist eine chinesische Studie von der Zhejiang University of Science. Hier wurden 28 Männer darum gebeten, abstinent zu leben. Also kein Sex, keine Ejakulation, aber natürlich auch keine Masturbation. Und tatsächlich war es in diesem Fall wirklich so, dass man in den ersten sieben Tagen auch immer wieder das Testosteron gemessen hat. Und es tatsächlich so gewesen ist, dass das Testosteron bei den Männern, die nicht ejakulierten, die nicht masturbierten, hochgegangen ist. Und zwar bis auf 145% circa des Ursprungswertes. Man konnte also definitiv feststellen, dass innerhalb dieser ersten sieben Tage mit dem Maximum bei Tag 7 das Testosteron bei diesen Männern höher war, als wenn sie einfach ganz normal ihr Leben weitergelebt hätten. Allerdings hat diese Studie auch gezeigt, dass dann nach diesem siebten Tag das Testosteron sich wieder an den Ursprungswert angleicht. Wir halten fest an der Stelle, NOFAP hilft für mehr Testosteron, aber nur in der ersten Woche. Danach scheint sich das Testosteron wieder anzupassen. Ganz interessant in dem Zusammenhang ist auch eine weitere Studie, die im World Journal of Urology erschienen ist. Und diese Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es tatsächlich so ist, dass das Testosteron über einen längeren Zeitraum durch NOFAP nicht erhöht ist. Sie haben einen Zeitraum von drei Wochen untersucht, also 21 Tagen, und haben das Testosteron einmal am Anfang gemessen und einmal nach 21 Tagen. Und da war es tatsächlich so, dass nach 21 Tagen kein Unterschied war zwischen den Männern, die NOFAP betrieben haben und den Männern, die ganz normal weitergelebt haben und Orgasmen hatten und masturbiert haben und Sex hatten etc. Was diese Studie aber auch herausgefunden hat, und das ist tatsächlich sehr interessant, ist das folgende. Die Männer wurden dann herzlich dazu eingeladen, im Labor zu masturbieren und während diese Männer im Labor masturbiert haben, nach diesen 21 Tagen der Abstinenz, wurde ihr Testosteron-Level da kontinuierlich gemessen. Und zwar immer nach 10 Minuten, nach 20 Minuten, nach 30 Minuten. Und was man hier herausgefunden hat, ist, dass die Männer, die NOFAP betrieben hatten, jetzt während der Masturbation deutlich höheres Testosteron-Level hatten, als die Männer, die kein NOFAP betrieben hatten. Das heißt, wenn du auf NOFAP bist, wenn du dich nicht selbst befriedigst und du hast dann Sex oder du masturbierst dann, dann ist dein Testosteron-Level höher während dieser sexuellen Stimulation. Und das spiegelt sich insofern wieder, als dass die Teilnehmer der Studie auch subjektiv gesagt haben, hey, das hat sich für mich viel, viel intensiver angefühlt. Das war für mich viel, viel intensiver, das Masturbieren jetzt, nachdem ich 21 Tage lang NOFAP betrieben habe und auch der Orgasmus war intensiver. Macht natürlich auch irgendwo Sinn. So, damit ist der Testosteron-Mythos mehr oder weniger gelüftet. Ich fasse kurz zusammen. Ja, Testosteron steigt durch NOFAP, allerdings nur in den ersten 7 Tagen und danach gleicht es sich wieder an dein natürliches Testosteron-Level an. Dann sprechen wir über das zweite große Thema, wenn es um NOFAP geht und das ist das Thema Energie. Mehr Energie zu besitzen, ja, durch NOFAP. Gibt es dazu einen mega dicken Fundus an Studien? Nein. Es gibt aber eine Studie, die das mehr oder weniger untersucht hat. Und was diese eine Studie gemacht hat, ist, sie hat Nematoden untersucht. Nematoden sind Würmer. Also diese Studie wurde nicht an Menschen durchgeführt, sondern an Würmern. Und was man untersuchen wollte, war, inwieweit sich Ejakulationen auf die Lebensspanne der Würmer auswirkt. Und es gab in dieser Studie drei Gruppen. Es gab die NOFAP-Gruppe, die durfte sich nicht paaren. Also die konnten weder ejakulieren, noch hatten die Sex in irgendeiner Form. Es gab die zweite Gruppe, die durften nur ganz normale Dinge machen, durften so viel vögeln wie die wollten, durften so viel ejakulieren wie die wollten. Und es gab die dritte Gruppe an Nematoden und die wurden genetisch so manipuliert, deswegen auch gut, dass die Studie nicht an Menschen durchgeführt wurde, wurden genetisch so manipuliert, dass die zwar Sex haben konnten, aber die konnten nicht ejakulieren. Und dabei ist was ganz Interessantes rausgekommen. Und zwar haben diese drei verschiedenen Gruppen tatsächlich relativ hohe, unterschiedliche Lebenserwartung gehabt. Und ich blende dazu vielleicht einfach mal diese Veranschaulichung ein. Was du hier siehst, ist, dass die Nematoden, die so ganz normale Dinge machen konnten, die Sex haben konnten, die ejakulieren konnten, die haben 8,1 Tage gelebt. Dem entgegen, die Nematoden, die quasi nicht ejakulieren konnten, aber auch keinen Sex haben konnten in irgendeiner Form, die hatten eine Lebensdauer von 11,1 Tagen. Die haben also ordentlich länger gelebt, als die Nematoden, die ganz normal Sex haben konnten und ejakulieren konnten. Dann gab es aber noch diese dritte Gruppe. Und auch das ist jetzt wirklich sehr interessant. Diese dritte Gruppe konnte zwar Sex haben, aber nicht ejakulieren. Und das war die Gruppe, die mit Abstand am längsten leben konnte. Und zwar im Durchschnitt 14 Tage. Die Hypothese zu diesen Erkenntnissen ist, dass die Spermaproduktion an und für sich ein relativ komplexer Prozess im Körper ist. Und dass der Körper Energie aufwenden muss, um dieses Sperma immer wieder neu zu produzieren. Was gleichzeitig dafür sorgt, dass die Energie, die in die Spermaproduktion fließt, nicht in andere biologische, biochemische Prozesse im Körper hineinfließen kann. Das heißt, es fehlt dann gewissermaßen an anderer Stelle. Was können wir daraus mitnehmen? Was wir daraus mitnehmen können, ist, dass es definitiv wenig Sinn macht, No-Fap und No-Porn auf eine Art und Weise zu betreiben, in der man komplett wie ein Mönch lebt. Das hat diese Studie anhand der Nematoden zumindest gezeigt, dass es nicht der beste Weg ist. Was aber durchaus sinnvoll zu sein scheint, ist, seine Ejakulationen zu kontrollieren. Das heißt, nicht herzugehen und ein, zwei, dreimal am Tag zu ejakulieren, sondern dich sexuellen Reizen auszusetzen, Sex zu haben mit deiner Partnerin, vielleicht auch das ein oder andere Mal zu masturbieren, zu deiner Fantasie. Aber eben nicht jedes Mal zu ejakulieren, sondern häufiger auch mal auf die Ejakulation zu verzichten. Sex zu haben, komplett ohne Ejakulation, zu masturbieren, komplett ohne Ejakulation. Und das ist am Ende des Tages auch ziemlich der natürliche Weg des Menschen. Wir haben eine Sexualität. Wir haben eine Sexualität, die wurde uns in die Wiege gelegt, die ist da. Warum sollen wir die wegdrücken? Es wirkt für mich so ein bisschen unnatürlich, ein bisschen kontraintuitiv. Natürlich sollte man diese Sexualität nicht wegdrücken und Masturbation ist ein Teil der menschlichen Sexualität. Im Übrigen genau wie penetrativer Sex mit einem Partner oder einer Partnerin. Aber was wir eben kontrollieren können, ist, wie häufig möchte ich wirklich ejakulieren. Da empfiehlt es sich zum Beispiel zu sagen, hey, ich mache das nur einmal die Woche oder ich mache das nur einmal 14-tägig oder ich mache das nur einmal im Monat. Da kann man ein bisschen experimentieren. Was in dem Zusammenhang vielleicht für dich noch super interessant sein könnte, ist das Thema Multiple Orgasmen beim Mann. Wo du als Mann lernen kannst, trockene Orgasmen zu haben, die ohne Ejakulation stattfinden. Das schlägt ganz, ganz stark in diese Kerbe und ermöglicht dir quasi, dass du Sex haben kannst oder masturbieren kannst. Mit einem Höhepunkt, ohne Ejakulation. Allein das hat nochmal eine ganze Reihe von weiteren Vorteilen. Da verlinke ich dir das Video dazu einmal von mir oben bei dem kleinen i. Also, ganz, ganz kurzes Fazit zu dem, was wir jetzt gehört haben. Steigert NoFap Testosteron? Ja, aber nur in den ersten sieben Tagen. Alle Vorteile, die mit einem erhöhten Testosteron einhergehen, mehr Selbstbewusstsein, bessere Laune, mehr Energie etc. 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 gilt für NoFap, aber nur in den ersten sieben Tagen. Danach gleicht sich das Testosteron wieder an. NoFap ist außerdem super, wenn du intensiveren Sex erleben möchtest. Das heißt, wenn du verzichtest und dann Sex hast, dann hast du während dem Sex ein erhöhtes Testosteron und dementsprechend auch ein intensiveres Empfinden des sexuellen Reizes. Und es macht absolut Sinn, durch NoFap die Häufigkeit deiner Ejakulationen zu kontrollieren, denn es gibt Indizien darauf, dass das deine Langlebigkeit positiv beeinflusst oder zumindest mal dafür sorgt, dass du mehr Energie hast. Abschließend, wenn du dich für das Thema NoFap wirklich interessierst, würde ich an der Stelle gerne ein kleines Shoutout machen an meinen YouTube-Freund Erik TP. Der hat einen Channel, da geht es nur um das Thema NoFap und NoPorn. Und da kann ich wirklich mit gutem Gewissen sagen, dieser junge Mann beschäftigt sich auf eine sehr, sehr fundierte, nachhaltige Art und Weise mit dem Thema NoFap. Also wenn dich dieses Thema mehr interessiert, dann schau unbedingt mal auf seinem Channel vorbei. Verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video. Gerne den Kanal abonnieren und dann bis sehr, sehr bald. Ciao, ciao.